Mit 1, Highway. Highway ist down. Swicky ist down. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu CSGO Matchmaking Cash. Das erste Spiel mit der neuen Tastatur. Es wird also höchst krass. Hoffe ich doch. Ach ja, und bevor ich es vergesse von Pokémon Profi gab es einen Knife. Wartet mal. Und zwar dieses leckere Damask Steel. Das Teil werde ich jetzt erstmal ein bisschen spielen hier. Sieht das edel aus. Vielen Dank dafür. Hello Team. I go away. Und ich habe von Ghost Rider ein richtig geiles Scout bekommen. Die habe ich auch eingestellt. Ich weiß nur nicht, ob ich zu so einem Scout spielen komme. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, was passieren. Squicky 1. Mit 1. Highway. Highway ist down. 1 ist Zigzag. He ist Connector. 1 ist Highway. Scheiße, scheiße. 1 ist City. Squicky ist down. Incoming. Oh, alter krass, mein Aim. Ich werde defuse. Nice. Und noch ein Zeus, Alter. Er hat mir schon ein paar Mal geschrieben, dass mein Pistol Aiming ziemlich immiziös ist. Und dann muss ich sagen, ja gut. Habt ihr recht? Ich weiß nicht, warum nur dann mein Aiming so gut ist. Denn wenn ich dann eine M4 habe oder eine AK, womit ich easy One-Shots also auf den Kopf machen könnte, bekomme ich es nicht mehr hin. Dann bin ich irgendwie immer am rumkacken. Wahrscheinlich ist es bei der Pistol so, weil ich weiß, ich muss damit auf den Kopf treffen. Sonst wird es schwierig. Oder sonst dauert es zu lang und dann geht es auch irgendwie. Und bei der AK kann man ja auch sprayen bzw. tappen und dann geht es schon irgendwie. Okay, ich... Keine Ahnung. Bumpy. I'm gonna rotate. Okay, okay, okay. Wir haben sie close in. Nein. Main is clear now. Alter, wie er abgeht auf Mitte. Mit der MP9 oder was ist es? Alter, wie fokussiert. Krass, Mann. Get out of the tower. Nice. Also wenn wir so weiterspielen, dann haben wir easy den Win in der Tasche. Keiner verschiebt unüberlegt. Jeder steht, wo er sein soll. Keiner macht irgendwelche Kacksachen. Oh, und gerade sind zwei von den Gegnern irgendwie... Kloge? Immer noch zwei Bots. Das heißt, möglicherweise pushen diese zwei Bots. Einer ist wieder da. Okay, sehr bitter für die. Echt haarig. So, die Smoke verlängert. Alles klar. Was ist los, Leute? I'm gonna stay. Ah, okay. Ich hab'n Diffuser, denn ich bin kein Loser. Überraschung, überraschung. Shit! Beides CTO! Ich dachte, dass einer vielleicht on-spot ist. Aber klar, wenn man so low HP ist, gibt man nicht on-spot. Ich kann rush dann mit? Oder normaler Setup? One mid. He got hit. Bomb is going. Mit help. Wir haben es schon vermutet, dass sie auf A gehen. Das hätte vielleicht noch jemand mitgehen sollen zu mir. Oh, nice try. Oh mein Gott, was für ein krasser Try. Er geht in den Molly, um zu defuse. Und hat eine Smoke geschmissen, damit der Molly ausgeht. Und hätte fast durch defused. Wenn das geklappt hätte, wäre das, glaube ich, der beste defuse der Welt gewesen. Auf der verschissenen Welt, meine Damen und Herren. Jetzt haben die da schon zwei Runden geholt. Ich hab' mich, glaube ich, etwas zu früh gefreut. Die spielen schon wirklich sehr klug. Schön langsam und so. Fleisch oder nein? Meine Lieblings-Smoke, dass ich hier so ein bisschen gedeckt bin. Mainstick 2. Okay, he's down. Easy copy. Swigging. Alter, was für ein Deckungsplay, meine Freunde. Oh, nur noch zwei. Nee, bitte nicht. Ja, nur noch einer. Bomb down B. Nice! Oh Gott. Ich hab' jetzt keinen defused, aber ich hab' auch nicht nach dem Drop gefragt. War vielleicht ein bisschen blöd. Ich glaube, die Boys hätten eigentlich genug gehabt. Nee, shit, wir haben doch nicht genug Cash. Wir sind gerade ziemlich arm am Start. Aber das wird schon. Alter, das Nive ist riesig. Das geht übrigens auch irgendwann raus, als giveaway, nur dass ihr das wisst, gell? Was?! Ah, Monge! Du dreckiger Luckboy. Ich komm' durch die verschwindende Smoke. Thanks. Gesneakt? Er hat sogar meine mitgebracht. Richtig edel von ihm. Und der gibt mir den Faschisten eine Headshot. Naja, naja, egal. Immerhin ein Assi. Es war noch drei. Ach, leck mich doch. Ja, den Bot haben wir noch gekillt. Just wait for them. Ja, wait for him. Warte doch! Oh Gott! Wir haben zwei AWPs und eine Deagle. Der muss... Oh Gott, das will. Wenn man so eine geile Situation hat, also dass man alle geflistet hat bis auf einen, dann sollte er halt irgendwo hinschlappen erstmal. Also, wenn er will. Die Bombe war ja auch down. Aber es kann nämlich auch dick ins Auge gehen. Is that mine? I think they're rushing. Oh, komm, leck mich doch! He's low HP on Forklift. Forklift one. Komm, 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 hol ihn dir, hol ihn dir. He's low on Forklift. Nice. Da war ich jetzt halt unglücklich. Ist egal, der Sieg ist drin. Highway. Sehr gut. Ja, möglicherweise rushen sie jetzt. Haben wir eben festgestellt, da sie dick AKs hatten. Das war einfach gerade wieder so bescheuert. Ich muss mir generell angewöhnen, hier hinzugehen und zu schmeißen und weg. Ich warte oft auf Steps. Merkst du was? Merkst du was? He's down. Oh, ja! Thanks, man. I saved his love, my friend. Ich hab richtig dick sein Leben gerettet, Alter. Ich bin jetzt ein Mann. I'm his man. Einfach mal easy den Kobe geholt. Zwei Kills. Ah, herrlich. Okay. Wir haben ja eh die Bombe. Das heißt, ich smoke hier erstmal. Und geh dann hier lang. Oh Gott, der killt. Oh, mein Gott. Tick auf die Bombe, nein. Easy. Just don't face him. Komm. Smoke und B... Oh, nein. Es sind jetzt schon zwei Leute gestorben. Es sind wegen diesem Pisslurch zwei Leute gestorben. Und ihr wisst, was los ist. Direkt wieder hinschmeißen. Gar nicht großartig lange rumkacken und dann sofort zurück. Sonst komm ich in diese blöden Bredouillen. Oh, die kommen, glaub ich. Ich muss rotieren. To B or mid. Ich muss stay vans. Oh, fuck. Ach, du Kacke. Dann gehen wir halt gerade mal in das Quiggy. Ich hook Main mit der Deagle. Pass auf. Es gibt jetzt den One-Click. Den One-Deagle. Da war. Aber leider habe ich den Mate nicht mehr retten können. Fuck. Ah, wer steht denn da auf Mitte rum? Ich glaube, ich versuche Main noch mal in die 1 zu drücken. Wir machen jetzt noch eine Eco. Krass, das geht ja gerade hin und her, ne? Wir gewinnen eine, wir verlieren eine. Main. Nein! Er war direkt in meinem Fahnenkreuz. Verarscht mich nicht. Diffuser nicht vergessen, Kinder. Diffuser nicht vergessen. Das fuckt mich immer am meisten ab, wenn die Leute keinen Diffuse haben und wir deswegen die Runde verlieren. Das ist so bescheuert. Wisst ihr, was bringt das, wenn man drei, vier oder vielleicht sogar alle fünf Tees killt, aber dann verliert? Weil die Bombe hochgeht. Fuckin' an. Bomb me. Okay, okay, okay. Es muss schon echt noch ein bisschen besser laufen. Vor allem bei T-Bit ist es richtig hart. Obwohl. Die anderen haben jetzt durchgehend einen Bot. Für CT ist es schon irgendwie scheiße, wenn man durchgehend einen Bot hat. Bei T geht es noch. Oh, Main geht doch was ab. Nice. Nice, Bomb down. Do we got the bomb still? Ach, One Yellow. Oh, er hat mich jetzt an dem Headshot gehindert. Noch ein Stück hätte gefehlt, dann wäre ich auf seinem Kopf drauf gewesen. Dann schießt mich der Pisser von Forklift ab. Was soll denn das? Will der das nicht verlieren, oder was? Oh Gott, 8, 7 sogar. Mann, Mann, Mann. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Gas geben, können wir das machen. ARB, Rush. Hey, hey, hey. Alle sollen Main gehen. Alles klar. Ich lieb's eigentlich durch Squeaky durchzugehen, aber okay. Car 2. Go side, just go side. I'm gonna plan for Main. Cover me, please. My Main? Just hide now, don't face them. I'm gonna squeaky. Oh mein Gott, das war ein edler. Go. Go on guard. Oh mein Gott. Squeaky is clear. Ich hätte schwören können, ich hab kurz Bombs mit den Views gehört, Alter. Voll Panik bekommen. Nice, Mann. Das war edel. Ich finde, eine Sache, auf die man extrem aufpassen muss hier auf der Map, sind diese möglichen Rushs über Mitte zum Beispiel, die von den Cities ausgehen. Die sucken so hart. Spot is clear. Ich stell mich vor ihn. So beschützt man übrigens einen blendenden. Habt ihr das gesehen? Nice. Oh Gott, danke Jungs. So schützt man mich übrigens. Habt ihr das gesehen? Oh, der eine ist einfach durchgerusht. What the fuck? Krass, wir sind punktemäßig fast alle auf einer Ebene. Richtig sick. Ah. Nice, GG. Wow. What the fuck? Da merkt man, der Uprank ist nicht weit entfernt. Ich bin nach wie vor sehr nah an Eagle dran. Aber da ist er noch nicht. Hier natürlich nochmal vielen, vielen Dank an Pokémon Profi für dieses schicke Knife. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. GG.